Der 9. November 1938, die Katastrophe beginnt, dann ist Nachkriegszeit getrenntes Deutschland, dann ist 9. November 1989 Mauerfall und dann ist Wiedervereinigung und endlich können wir wieder stolz sein auf Deutschland, WM 2006 Fahne rausholen. Und dazwischen stören die 90er Jahre als eine Erzählung rechten Terrors massiv, weil da müsste man ja eingestehen, dass die Wiedervereinigung, die sogenannte, ein Ereignis war, was nicht nur Freude und Glück bedeutet hat, das Ende der, wenn man so will, deutschen Nachkriegszeit eingeläutet hat, sondern auch den Beginn von etwas Schrecklichem, nämlich von Naziterror, von Verfolgung und Pogrom. Es hat nichts mit Ostdeutschland zu tun, aber mit Wiedervereinigung. Dass bei der Wiedervereinigung die Geschwister, die lange getrennt waren mit einer Mauer, sich jetzt wieder irgendwie zurechtfinden mussten. Und das hat man am einfachsten hinbekommen, indem man sozusagen andere ausgrenzt. Ich muss aber sagen, dass ich mich generell an die Zeit erinnere, dass ich sehr Angst hatte vor Nazis. Und vor allen Dingen vor Nazis, die so ein ganz bestimmtes Bild hatten. Also Glatze und Springerstiefel, Baseballschläger und Bomberjacke. Die 90er waren ganz sicher, was Rechtsextremismus und Rassismus und so weiter angeht, voll krass schlimme Jahre. Und so richtig offen und aggressiv und gewalttätig, wie oft da andauernd was gebrannt hat. Das ist ja nicht alles in die Medien gekommen, wenn jemand gestorben ist. Aber wie oft die Lokale von Linken angezündet wurde und als Reaktion darauf die Lokale der Rechten gebrannt haben. Die 90er Jahre sind eigentlich das Requiem zu einem gescheiterten Vergesellschaftungsprojekt, nämlich dem Versuch, ein Teil der deutschen Gesellschaft, nämlich dem Teil, der auf dem Gebiet der ehemaligen oder damaligen DDR gelebt hat, diesen Teil antifaschistisch zu vergesellschaften. Das hat nicht geklappt. Und wir haben, glaube ich, heute ein großes Problem, weil dieses westdeutsche Narrativ fast nahtlos in die 90er Jahre übernommen wurde und ins wiedervereinigte Deutschland und wir heute in einer Situation sind, in der diese Idee, links und rechts sind gleich schlimm und die bürgerliche Mitte wird Deutschland retten, bedarf einer anderen Analyse, bedarf eines anderen Analyse-Rasters. Und da ist diese bürgerliche Mitte-Nummer gerade krachend am Scheitern. Es waren sogar noch Ältere, die sogar einen rein faschistischen, nicht neofaschistischen, sondern das war noch durchwachsen, das waren noch welche, die das Dritte Reich relativierten. Die Ankündigungen waren ja schon auch dort, wo ich unterwegs war, von wegen Tierversuche neben Türken. Und die Sprüche, die waren in den Köpfen von solchen Wortführern schon drin. Der größte Unterschied ist, dass die Opfer und Hinterbliebenen in den 90ern, die spielten keine Rolle. Also manchmal gingen Politiker hin und dann gab es auch Trauerreden, auch gute Trauerreden, aber das war nicht nachhaltig. Dann, weil nach Solingen und den 90ern, dachten wir, dass es aufgehört hat, bis wir dann 2010 erfahren haben, dass der NSU seit Ende der 90er weitergemacht hat. Ich weiß, dass das Leute aus meinem Umfeld, nicht weiße Menschen, vor allen Dingen muslimisch gelesene Menschen, sehr gestresst hat. Auch da muss ich sagen, bis das aufgeklärt wurde, bis tatsächlich klar wurde, wer dahinter steckte, da, also ich weiß gar nicht, da war ich ja, also da war ich ja schon wieder aus der Schule raus. Dass die Verbundenheit mit Deutschland seit den 90ern immer stärker wurde und die Studie wird alle zwei Jahre gemacht und 2010 hatte sie einen Hochpunkt. Die Befragung 2010 war vor des Rauskommens von Sarrazins Buch und dass der NSU aufgedeckt wurde oder sich selbst aufgedeckt hat. Und zwei Jahre später, 2012, war die nächste Befragung runter auf dem Niveau, wie vorher nie gemessen wurde. Also wir wissen, dass der NSU auch Ergebnis nicht nur eines Totalversagens der Sicherheitsbehörden war, sondern realer rassistischer Strukturen. Wir wissen von vielen Studien, dass in Polizei und Bundeswehr massiv rechtsradikale Netzwerke existieren. Das heißt, wir haben hier ein Auseinandertreten der symbolischen Ebene, der Denkmäler, der Gedenktage, der Reden, der Kniefälle und der realen Handlungen, die vollzogen werden müssten, der juristischen Prozesse, der Umstrukturierungsprozesse. Man sprach in diesem Land überhaupt nicht von Rassismus, sondern von Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Xenophobie. Aber in der Tat ist es so, dass die aktuellen Zahlen deutlich machen, die breite Bevölkerung erkennt Rassismus als Problem an. Nicht nur, dass 90 Prozent sagen, ja, es gibt Rassismus, es geht weiter. 60 Prozent sagen Rassismus, in deutschen Behörden gibt es Rassismus oder die deutsche Gesellschaft ist rassistisch. Im Grunde genommen können wir erkennen, dass die Auseinandersetzung damit schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, als es vorher war. Die Erinnerungskultur ist eigentlich nur dann sinnvoll und wertvoll, wenn wir die Gegenwart so einrichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Diese Erinnerung ist nicht abschließbar und ist auch nicht abgeschlossen. Und das sehen wir an einer völkischen Partei im Bundestag und das sehen wir an fortgesetzten Anschlägen und das sehen wir auch am rassistischen Alltag und am antisemitischen Alltag den Menschen erleben. Aufgrund der positiven Entwicklung gibt es wiederum Widerstände. Wir haben heute viel mehr Populismus im Parlament, als es damals der Fall war. Und dementsprechend ist es durchwachsen. Wir haben heute viel mehr Populismus im Parlament, als es damals der Fall war.